Nach dem Wochenende, eigentlich der Markt erstmal ganz gut unterwegs gewesen, allerdings ihr seht das hier beim DAX im 5-Minuten-Chart, das ist der DAX Future, deutlich noch mal nach unten gekommen. Gucken wir es uns ein bisschen genauer an. Wir hatten einen Anstieg noch bis in die Vormittagsstunden hinein, anschließend eine starke Abwärtsbewegung und diese Abwärtsbewegung war relativ zügig und das lässt vermuten, dass wenn nach der zügigen Bewegung jetzt etwas Korrektives passiert, nicht zu klein, nicht zu groß, in der Mitte des Raums, dann haben wir eigentlich ein wunderschönes Short-Szenario. Wie sieht eine Korrekturbewegung aus? Sehr gerne dreiwellig, das ist keine Ankündigung, dass das so passiert, allerdings wenn es so aussieht, wäre das eine optimale Bedingung für noch mal die Short-Seite im kurzfristigen Bild. Denkt daran, das was ich hier euch zeige ist im 5-Minuten-Chart, also für die Intraday-Freunde sehr relevant, aber nicht so sehr für die Übergeordneten, das gucken wir uns gleich nochmal an. Die Abwärtsbewegung relativ scharf, über die Klarheit der Bewegung kann man sich ein bisschen streiten, allerdings relativ stark. Ihr wisst, Fibonacci-Zone 38, 20er, 50, 61, 8, die Werte könnt ihr in etwa hier ablesen, das muss nicht millimetergenau sein, aber irgendwie so da in den Bereich, das wäre eigentlich eine hervorragende Geschichte, dass der Kurs in etwa da reinläuft in diese Zone und wie ich es eben angedeutet habe, das Ganze in eine ABC-Situation oder wenn schon nicht ABC, dann in irgendwas Korrektivem, sprich mit Kursüberschneidung, das wäre ebenfalls völlig in Ordnung. Wenn er das dann macht, wäre das Zwischentief hier ein möglicher Trigger für die Short-Seite. Das heißt, wenn der Kurs dann tatsächlich da unten durchgeht, dann wäre das für nämlich der Short und zwar mit Idee, dass sich das, was sich hier vorne gezeigt hat, hier hinten nochmal fortsetzt. Trigger wie gesagt, das Zwischentief und wenn es doch nur eine ABC ist, naja, dann das entsprechende Zwischentief hier. Das kann ein bisschen anders liegen, aber so in etwa könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Soweit also das kurzfristige Bild. Das ist eher also abwärts gerichtet unter der Voraussetzung, dass es so ein Verhaltensmuster in diesen Raum geht. Also der kann auch noch ein bisschen weiter nach rechts gehen. Das kann also in den späteren Abendstunden noch passieren. Ihr könnt hier unten so ein bisschen die Zeitachse mitlesen. Vielleicht wird das als Trade auch erst morgen in den Vormittagsstunden relevant, je nachdem, wenn dieses Muster sich tatsächlich so zeigt und eben wie gesagt der Trigger da unten ausgelöst wird. Was passiert, wenn der Kurs jetzt einfach so läuft? Dann gefällt mir das nicht gut, denn das ist nicht korrektiv. Damit kann ich wenig anfangen. Dann würde ich sogar bei Korrektur die Long-Seite später nochmal fahren. Also das wäre jetzt nicht optimal. Es sollte schon irgendwie dreiwellig sein. Und wenn der Dreiwelle einfach eine Nummer größer ausfällt, es sollte idealerweise, um der Statistik ideal entgegenzukommen, im Rahmen dieser blauen Marken, also 15.995 irgendwie sowas in der Richtung, von mir aus auch noch 16.000, aber eben nicht mehr deutlich drüber liegen. Spätestens wenn er die 78er durchstößt, ist mir das völlig egal, denn dann ist das ein eher bullisches Bild. Vorläufig zumindest mal, dass wir das auch nochmal durchstoßen. Das würde dann allerdings ja auch auf der Abwärtsseite nicht triggern und dementsprechend auch nicht zu einer Fehleinschätzung führen dann typischerweise. Also so könnte ich mir das vorstellen. Das ist bisher nur eine Idee. Wenn es aber halbwegs so aussieht, der Kurs dann von dort hier sich der Geschichte nähert, also die Order kann man dann schon vorbereiten, wenn er dann hier ist, also auf dem Weg wieder runter. Und dann kann man sich freuen, dass das durchaus realistisch ist. Aber die Ziele, die sind gar nicht so negativ für das übergeordnete Bild. Das, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, ist jetzt ein Verhaltensmuster, ein mögliches für die Short-Seite, das Intraday hervorragend geeignet ist, aber übergeordnet möglicherweise gar nicht so große Dramen auslöst. Wie könnte ich mir das Ganze vorstellen? Wir hatten hier vorne ja schon eine erste Bewegung. Das ist der 4-Stunden-Chart auf dem Future, eine scharfe Abwärtsbewegung, stark fallende Zwischenhochs. Dann sind wir hier in der Mitte. 1, 2, 3, 4, 5. Und nehmen wir mal an, wir kriegen jetzt hier so die erste Abwärtsbewegung bis hier hin. Vielleicht macht er dann nochmal eine Gegenbewegung, denn häufig haben wir, wenn vorne eine scharfe Bewegung ist, hinten eine Seitwärtskorrektur, die eben nochmal sogar das erste Ansteuerung danach runtergeht. Ihr seht, also es ist durchaus denkbar, dass wir so ein bisschen in den Pause-Modus kommen. Das spricht so ein bisschen dafür, dass das sehr nach einem Ending Diagonal aussieht, also nach etwas, was nach Pause schon schreit, wo man sieht, die Marktteilnehmer so richtig Bock haben sie nicht mehr oder so richtig Kraft haben sie aktuell nicht mehr. Für den Augenblick. Bitte interpretiert sowas nicht, wenn die in 4-Stunden-Chart, die haben jetzt keinen Bock mehr, jetzt bricht der Markt auf was weiß ich wie viel zusammen. Aber das bedeutet, lass mal Päuschen machen. Wenn das tatsächlich passiert, wäre so eine Größenordnung, die ich mir vorstellen kann, in etwa das Tief, was wir am 5. April hatten, so in etwa 15.650, 15.600. Auch bis dahin wäre das bullische Bild nicht angegriffen. Also bitte nicht in Rage geraten. Bis dahin ist auch im Übergeordneten das bullische Bild völlig in Ordnung. Und das Bild, könnte ich mir sogar vorstellen, sieht dann im Endeffekt ungefähr so aus, also steigt danach. Wer das aussitzen möchte, hat eine ganz gute Chance, das 22. März zwischenhoch nochmal als einen echten Tester zu gucken. Solange wir da oberhalb bleiben, mache ich mir überhaupt keine Sorgen um das größere Bild auf der Longseite. Wenn wir da drunter gehen, würde ich allerdings mir schon die Frage stellen, das müssen wir uns nochmal überlegen, wie das Ganze hier aussieht. Und auf welche Art und Weise der runtergefallen ist. Wenn ihr Angst habt davor, dann müsstet ihr tatsächlich vielleicht irgendwie einen engeren Stopp, das könnte Parabolic sein, das könnte der Supertrend sein, um einfach zu sagen, okay, wenn er dreht, dann gehe ich halt raus aus meinen Longs. Wenn ihr nicht ganz so aktiv sein wollt, dann wie gesagt, wäre alles oberhalb dieser 22. März-Hoch-Situation nicht so sehr zielführend, weil die Chance, dass ihr da zu früh rausfliegt, relativ groß ist. Also eigentlich ein ganz gutes Bild immer noch, auch im Übergeordneten gibt es überhaupt nichts zu maulen. Auch wenn ich jetzt hier negativ spreche, da rede ich jetzt in 15 Minuten oder 5 Minuten Chart. Das soll euch aber nicht weiter stören, sondern das ist ja nur, lass dem armen Mann nochmal eine Pause machen, er hat doch jetzt ordentliches geleistet, kleines Päuschen zwischendurch, dann kann er ja auch wieder. Also für die Intraday-Freunde, die das gerne nutzen wollen, vielleicht interessant, für die Übergeordneten allerdings nicht zwingend ein Drama. Wir müssen allerdings diese Woche mit heftigen Bewegungen rechnen. Wir haben Earnings Season, wir haben morgen die Wachstumszahlen, die BIP-Zahlen aus China. Die Earnings-Daten habe ich erzählt, der Banken erstmal, Goldman Sachs zum Beispiel. Heute haben wir Carl Schwab zum Beispiel, Charles Schwab. Wir haben morgen Bank of America, aber auch sowas wie Netflix. Also es sind durchaus jetzt spannende Daten in den nächsten Tagen zu erwarten. Und dementsprechend kann es natürlich zu heftigeren Bewegungen führen, insbesondere auch bei den amerikanischen Indizes. Ich will es kurz machen, ich will die jetzt nicht in epischer Tiefe jetzt auf diesem Video jetzt nochmal durchgehen. Ich denke, ihr werdet, wenn ihr ein bisschen mitdenkt, auf die ähnliche, also das nachvollziehen können. Das, was ich hier so sehe, im 4-Stunden-Chart, auch hier gilt 22. März, solange wir oberhalb bleiben, 33.000 beim Future, alles safe. Idealerweise 33.500 in etwa. Das bitte nicht auf Millimeter ziehen, es kann auf 400 sein. Aber so eine Orientierung bis dahin wäre ebenfalls eine normale Geschichte und könnte anschließend im Rahmen einer 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe es extra so gezeichnet, denn es gibt ein paar Varianten, wie das hier aussehen kann. Das soll uns aber im Prinzip nicht wirklich stören. Die Erwartungshaltung ist, dass wir eher danach nochmal ein bisschen nach oben gehen und dann können wir dann gucken, ob dann hier Pause ist. Und wir anschließend dann auch passend zum großen Bild nach der Pause dann wieder nochmal eine Stufe weiter gehen. Also ihr seht, ich bin eigentlich bullisch eingestellt, nur Intraday oder im 4-Stunden-Chart kann ich mir vorstellen, dass bald hier eine Abwärtsbewegung folgt. Die muss aber allerdings noch nicht sofort folgen, denn im Moment sieht man, dass die Abwärtsbewegung beim Dow Jones ja doch ganz schön korrektiv ist. Also eine gewisse Restchance, dass der Kurs noch weiter auf der Aufwärtsseite ist, die sehe ich absolut. Hier allerdings wäre es die fünfte Welle, denn wir haben die erste, die zweite, die dritte, durch Nachthandel langgezogene Korrektur, vierte Welle, fünfte Welle und danach die nächste Korrektur. Und dann sind wir wieder im typischen Muster, kann man handeln, Rücksetzer könnt ihr genauso berechnen, wie ich das beim DAX eben gezeigt habe. Ein bisschen Spaß sollt ihr ja auch noch haben. Da ich den Kurs aber hier oben noch nicht weiß, kann ich ja auch diese Zone im Moment noch nicht euch vorgeben. Vielleicht ist das für im morgigen Video dann schon relevant. Oder falls es vorher passiert, versucht es selber mal ein bisschen und vergleicht es, wenn ich das morgen gegebenenfalls anspreche. Habt ihr eine gewisse Hausaufgabe, wenn ihr wollt. Beim S&P ist es ein bisschen fünffälliger tatsächlich, was das hier im 5-Minuten-Chart angeht. Da hatten wir eine erste, eine zweite, eine dritte, eine langgezogene Nachtvierte, eine leicht fünfte hintendran, die zugegeben aber ganz schön dreiwellig aussieht, also durchaus auch Fragen aufwirft. Jetzt aber sehr korrektiv. Da würde ich mich aber notfalls breitschlagen lassen, das Nachmittags-Zwischenhoch hier bei 4.170 in etwa. Das sind die 15.40er hoch, 15.40er hoch. Wenn er die durchstößt, wäre das zumindest nochmal eine grobe Überlegung, ob man nicht die Longseite nochmal ein bisschen fahren könnte. Also auch hier gäbe es die Chance für nochmal aufwärts. Allerdings, ich würde auf jeden Fall abwarten, dass er diese Marke durchstößt und nicht jetzt einfach pauschal, auch das mache ich jetzt einfach schon mal. Notfalls guckt ihr unter der Lupe hier im 1-Minuten-Chart oder was weiß ich was, ob ihr hier irgendwie sowas in der Richtung bekommt, damit ihr irgendwelche Indizien bekommt, dass die Marktteilnehmer drehen wollen. Aktuell muss ich nämlich ganz ehrlich sagen, seit dem Tief ist das nur ein Rumgegautsche. Da sehe ich noch keinen Enthusiasmus, den ich aber ja gerne hätte, wenn die Marktteilnehmer jetzt ja maximal auf der Kaufseite mit dabei sind. So, Nasdaq zum Abschluss. Ist das Bild relativ ähnlich wie beim S&P, also auch hier oder bei den Amerikanern generell im Moment Wackelpudding-Kurs. Ihr seht aber auch, dass das, was wir seit diesen Tiefs hier haben, Wackelpudding hoch ist. Wackelpudding heißt immer wieder vor und zurück, vor und zurück, ständige Überschneidung. Also im Moment würde ich da den S&P und vielleicht auch den Dow Jones, aber den S&P im Moment wohl als erstes beim Bruch dieser Zwischenhochmarken dann entsprechend mit berücksichtigen. Da würde ich mich dann doch ein bisschen zurückhalten. Also zusammengefasst, die Amerikaner, da sehe ich durchaus noch eine Chance, dass wir im Laufe des Nachmittags nochmal nach oben kommen. Alles, was ich jetzt für den Nachmittagshandel gesagt habe oder Nachmittag heute und morgen irgendwie was in der Richtung, das beeinflusst nicht das übergeordnete Bild. Merkt euch da für den 22. März. Das Zwischenhoch, was ihr da habt, ist ein ganz gutes Indiz. Solange wir übergeordnet da drüber bleiben, würde ich mir für die längerfristigen Longs erst nochmal keine echten Sorgen machen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Das ist ein ganz gutes Indiz.